Grüße Genossen und hallo meine lieben Aufbaustrattigen da draußen und herzlich willkommen zurück bei Workers and Resources of the Republic. Wenn dieses Spiel hier wirklich eine Sache auszeichnet, ich finde es ist die Musik. Die macht einfach gute Laune. So, was mir weniger gute Laune macht, ist die Erkenntnis, dass meine Stadt total chaotisch aufgebaut ist. Und ich glaube, was jemand geschrieben hat, dass der hier einfach über das Depot nicht fahren kann. Das könnte stimmen, obwohl es ziemlich blödsinnig wäre, dass der hier nicht durchfahren kann. Denn das Depot sieht ja eigentlich so aus, als ob man da durchfahren könnte. Was auch ziemlich problematisch ist, ist die Tatsache, dass meine Leute hier einfach von der Arbeit hier nicht ohne weiteres hochkommen. Ich möchte das ändern. Ich befürchte persönlich, dass wir einfach... Ja, wir müssen jetzt hier einfach Gebäude bauen. Und ich bin jetzt auch bereit, hier richtig fette Wohnhäuser hier oben hinzuklatschen. Um dafür zu sorgen, dass die Leute hier auch da oben zur Arbeit gehen. Warte mal, ich gucke mal, ob das geht. Ich nehme mal um zu gucken, ob ich das jetzt hier so hinbekomme. Ne, solange es ganz rot ist, geht ja nichts. Aber wisst ihr, hier mache ich jetzt einfach eine Wohnung hin. Und ich kann jetzt einfach dann dafür sorgen, dass die Leute hier nicht mit dem Bus zur Arbeit gehen, sondern dass die mit dem Bus ihre Kinder zum Kindergarten fahren. Das ist der Plan, der Masterplan, den ich jetzt hier habe. Ich finde auch diesen Bauernhof hier irgendwie unglücklich. Wir machen eine eigene Bauernsiedlung. Das hier wird einfach alles abgerissen hier. Gerade Quatsch hier, dass wir das hier haben. Wie sieht es eigentlich aus mit dir hier? Hier ist auch kein Pflanzengedöns mit drin. Wenn ich das hier abreiße, bekomme ich auch Geld. Genau. Das wird einfach jetzt hier alles abgerissen. Ah ne, den kann ich verkaufen. So macht man das. Ah, okay. Ich bekomme jetzt hier mein Geld erstmal wieder für das Verkaufen von diesen ganzen Sachen. Also wie gesagt, mein Plan ist jetzt hier, wenn wir jetzt hier irgendwas mit Nahrung machen, wir müssen deutlich größer denken. Think big. Heißt es in diesem Zusammenhang. Und das think big findet nur dann statt, wenn wir dafür auch eigene Gebiete jetzt hier definieren. Geil. Guck mal, wie die Straße hier durchbrochen wird. Scheiß. Hier muss ich das da wieder hin machen, das da wieder hin machen. Ich komme jetzt auch nicht umhin. Ach Gott, ich kann die Straße upgraden. Oh geil. Ich kann die Straße tatsächlich upgraden. Oh, das finde ich echt gut. Aber ich kann es immer noch bis zur nächsten Kurve, die ich gerade eben sehe. Okay, wir machen jetzt hier diese Straße hier neu. Eine neue Hauptverkehrsstraße, die wir jetzt hier definieren. Beziehungsweise hier wäre es wahrscheinlich sogar besser, wenn ich das jetzt hier mit Hines gemacht hätte. Ja, hätte ich mal nicht gedacht. Ich kann es ja hier so machen. Keine Ahnung, warum ich das für drei Straßen brauche. Ich weiß es nicht. Es ist halt so. So, und diese Leute, die gehen jetzt hier sofort arbeiten. Ihr seht, das ist sehr viel praktischer. So, was ich jetzt machen muss, ist, die Leute sollen hier auf jeden Fall da zur Arbeit gehen. Das ist der Hauptarbeitsplatz. Das Dingens hier. Soll. Dafür muss ich jetzt aber auch hier nochmal die Verbindung schaffen. Soll die Leute... Soll. Mit Straßenlaternen. Finde ich angenehm. Apropos Straßenlaternen. Wie gesagt, das hier soll jetzt hier einfach der Weg zur Arbeit sein. Der darf auch gerne Straßenlaternen haben. Ja, alles ortsintern. Genau. Das sieht jetzt hier schon mal sehr viel sympathischer aus. Das ist jetzt hier so unsere, ja... Arbeiterbarackenwohnungen gedöhnt. So, du schickst jetzt hier die, äh... Kinder zur Schule. Und hier... Äh... Nach da. Halt. Nach da. Der das... Der tut das nicht. Der tut das nicht. Nein, der tut das nicht. Boah Gott, ist das voll hier. Also ich hoffe, die machen das. Kann ich nur hoffen. Ich muss ja auch gucken, wie die Busse das jetzt hier erledigen. Dieser Bus hier... Mit dem momentan noch Aufgaben. Einsteigen, aussteigen lassen. Genau. Gucken wir mal, wie das jetzt da hinhaut. Hier wohnen jetzt auf jeden Fall eine Menge Leute. Denen fehlt etwas. Und zwar, was fehlt denen denn? Zwei Kinder können nicht zur Schule gehen. Ja, im schlimmsten Falle müssen wir halt auch für andere Dinge sorgen. Hier wird jetzt auf jeden Fall ordentlich Kohleerz abgebaut. Für uns halt unglaublich wichtig, dass die Arbeitsplätze jetzt hier alle besetzt sind. Die Wege sind einfach zu weit und zu durcheinander. Wir müssen das alles hier so ein bisschen regeln. Zehn Arbeiter können nicht zur Arbeit, weil es keinen Kindergarten gibt. Okay, das heißt, wir müssen einen Kindergarten auch hier definieren. Das ist eine Ausrüstung für Bürger. Kneipe, Tennisplatz. Ist denn das? Da gibt es eine Bildung. Ja. Kindergarten. Muss in die Bildung. Kann das hier nicht hinbauen. Aber hier müsste es gehen. Kindergarten direkt neben der Fabrik. Hier lernen die Kinder wenigstens gleich, wo sie später arbeiten werden. So. Kindergarten ist da. Hier fehlen halt Mitarbeiter. Nicht mehr lange. Ich gehe davon aus, dass die Leute auch hier noch arbeiten werden. Oder auch nicht. Kann aber auch einfach eine Weile dauern. Einen Arbeitstag oder zwei. So, wie viele Arbeitslose habe ich? Ich habe 222 Arbeitslose. Seht ihr, das ist das Problem. Diese Leute hier, die arbeiten nicht da, wo ich es ihnen gesagt habe. Das ist das große Problem. Die arbeiten auch nicht hier. Beziehungsweise, ich habe denen halt einfach gesagt, sie sollen irgendwo arbeiten. Und das Doofe ist halt, die machen das jetzt hier. Aber halt auch nur ausschließlich da. Da sage ich dennoch, die sollen auch noch hier arbeiten. Da müssen aber deutlich weniger im Kindergarten arbeiten. Da reichen so 10% der Leute, die hier arbeiten. Und die hier wohnen. Hier gibt es, gibt es hier Arbeitslose. Kann ich das sehen? Bildung, Elektronik. Ich müsste doch sehen können, ob die Leute hier Arbeitslose haben. Also, die sollen hier nur in dem Kindergarten arbeiten. Was natürlich totalen Unsinn ist. Können auch... Da können die nicht hin. Können hier arbeiten. Können hier arbeiten. Hier und hier. Okay, maximale Anzahl für Arbeitsplätze erreicht. Ich sage jetzt einfach mal, die sollen jetzt einfach mal arbeiten. Ich hoffe, dass jetzt hier diese Arbeitsplätze auch mal besetzt werden. Äh. Muss ich mal nochmal die Pause rausnehmen, damit die Leute das auch mal anfangen. Wo sollt ihr arbeiten? Kindergarten und Kohlekraftwerk. Ihr dürft aber auch gerne hier arbeiten. Ihr dürft auch gerne hier hingehen. Und damit ist das ja schon mal erledigt. Die sollen nur zur Busplattform gehen. Ich glaube nicht, dass das gut ist. Ihr dürft hier arbeiten. Ihr dürft hier arbeiten. Ihr dürft hier arbeiten. Ihr dürft auch hier arbeiten. Und damit ist auch dieses hier jetzt hier erledigt. Auch eine Busplattform. Die dürfen hier arbeiten. Auch hier arbeiten. Die dürfen hier arbeiten. Und die dürfen auch hier arbeiten. So. Jetzt hoffe ich mal, dass die Anzahl der Arbeitslosen sich mal ein bisschen reduziert. Weil das dürfen die ja eigentlich überall sinnvoll arbeiten. Ich bin gespannt. Wie weit können die das hier alles Fußgängerisch erreichen? Das können die. Okay. Und ihr dürft aber auch, Jungs, ihr dürft auch das hier benutzen tatsächlich. Ihr dürft das hier benutzen. Um zur Arbeit zu kommen. Das nutzen die jetzt auch. Sehr gut. Das arbeiten trotzdem überraschend wenig Leute hier. Im Kindergarten wird immer noch nicht gearbeitet. Man weiß es einfach nicht. Gut. Wir setzen uns einfach mal hier einen Weg hier rüber. Vielleicht sorgt das dafür, dass wir tendenziell dann eher da hingehen. So. Jetzt ist es den Weg da noch hin. Da habe ich noch gar keine richtige Straße gesetzt. Was ist denn das für ein Teese? Jetzt ist es so, wie es sein soll. Gucken wir, wie die Leute jetzt laufen. Keine Ahnung, warum der trotzdem diesen Weg wählt, obwohl er den wählen könnte. Jedenfalls laufen da jetzt gerade eine ganze Menge Leute jetzt hier hin. Und ihr seht es, was jetzt hier für absurde Mengen Kohle jetzt hier geholt werden. Für die LKWs kannst du ja gar nicht haben. Da reicht dieses... Also ganz im Ernst, ein Kohlekraftwerk reicht aus. Lockerflock ich unglaublich. Zwei von diesen Dingern hier zu betreiben. Das heißt... Moment. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Verarbeitungsanlage für Kohle. Wir brauchen mehr davon. Wir brauchen einfach mehr Verarbeitungsanlagen für Kohle. Jetzt muss noch eine zweite her. Wie ich hier gerade eben feststelle. Und da ist die blöde Straße im Weg. Ich fasse es nicht. So. Jetzt kann ich es aber hinsetzen. Hoffentlich. Yay. Also. Da werden wir diese direkten Eingänge, aber... Was soll ich machen? Wir brauchen einfach noch mehr Produktion. Schau dir mal diesen Käse an, ne? Schaut euch mal diesen Käse an. Ich muss mal Pause machen. Ich muss jetzt dem hier sagen... Du sollst... Er macht jetzt vom Rohstoffspeicher. Du sollst dahin... Ach nee. Erst muss es fertig sein. Okay. Na ja. Also wie gesagt, ihr seht, das Ding ist hoffnungslos überfordert. Es ist hoffnungslos überfordert. Parallel dazu, habe ich mir gedacht, könnten wir eigentlich... Äh... Hier mal so ein paar Felder anlegen. Ich hätte schon Bock, irgendwie ein bisschen Landwirtschaft zu betreiben. Großen Feldern. Ja. Jetzt, what I'm talking about. Da sind die Straßenanschlüsse aber fest. Doof. Erste Straßenanschlüsse. Geht ihr da irgendwie hin? Döö. Das ist aber zu groß. Das ist aber zu groß. Würde ich es eventuell hinkriegen. Da vielleicht... Ist immer irgendwas im Weg. Immer irgendwas. Da würde ich es hinkriegen. Da haben wir mal so ein Feld hingekriegt. Kriege ich da vielleicht noch so ein Feld hin? Hier kriege ich vielleicht noch so ein Feld hin. Aber auch nur sehr vielleicht. Boah. Geschafft. Okay. Und jetzt können wir diesen Agrarbauernhof hier setzen. Der total lächerlich da jetzt hochgesetzt wird. Ich weiß gar nicht, wieso. Da habe ich einen Kilometer um den Bauernhof gesetzt. Das ist... Okay. Wir machen jetzt das da. Die Straße hier wird es da lang geführt. Du bekommst hier die Verbindung. Du bekommst da die Verbindung. Du würdest sie bekommen. Wenn es gehen würde. Jetzt geht es. Dahin. Und. Dahin. Und hier müssen natürlich auch wiederum Leute leben, die da arbeiten. Und ich habe mir gedacht. Komm, lasst uns das doch mal ein klein wenig... Ja, bäuerlicher aussehen. So Ziegelhäuser. Einfach so ein paar Ziegelhäuser. Leute, die einfach den bäuerlichen Lebensweg gewählt haben. Hier ist einfach hier so wohnen. Warum nicht? Ich weiß gar nicht, wie viele ich davon brauche, aber... Wahrscheinlich nicht allzu viele. Ziehen wir jetzt hier mal das ganze Ding hier hoch. Die ganzen Felder. Aussaat muss bald stattfinden. Gewohnen ist ein paar Leute. Die sind derzeit ohne Stromversorgung. Das kriegen wir aber alles hin. Wir müssen bloß irgendwie... die Stromversorgung hier rüber bringen. Das heißt, wir müssen jetzt hier wieder so ein Dreiecksystem hinsetzen. Äh... Strom. Da wieder so ein Mittelspannungsschalter. Der muss da hin. Dafür muss das jetzt hier abgerissen werden. Na also, er ist da. Dann machen wir die Stromverbindung mal... da so hin. Das ging. Ich hoffe, das geht. Jawohl. Das ging tatsächlich. Fantastisch. Wir setzen das da hin. Und... Wir gucken jetzt hier mal diese Stromleitung hier runter. Entlang der Straße. Wie man das halt auch so macht. Ne. Dann hier so hin. Hier so hin. Und dann brauchen wir jetzt hier wieder ein Umspannwerk, das all das hier versorgt. Das sieht doch gut aus. Das ist jetzt da. Perfekt. Rom ist angekommen. So. Wir fangen jetzt echt an, krass zu expandieren. Ich hoffe, dass diese Leute jetzt hier waren. Die haben auch natürlich Probleme. Jetzt wieder mal kein Kindergarten. Kindergarten habe ich so das Gefühl, die baut man am besten wirklich. So ein bisschen... Ja, ortsnah. Im Grunde hier keinen Scheiß hinbauen. Ich würde gerne hier einen Kindergarten bauen spiel. Meine Güte. Ist das manchmal anstrengend hier. Hier machen wir sogar eine richtige Straße hin. Und hier sollte ich eigentlich sogar... Wisst ihr, mir fällt gerade eben auf. Das ist ja eigentlich schon wieder so ein örtlicher Teil. Deswegen will ich diesen örtlichen Teil auch als einen solchen behandeln. Und ist da, wo Leute wohnen. Okay, weiter als hier geht nicht. Und dann so. Hier runterwärts. Oh Gott. Da noch ran. Da noch ran. Du hast auch noch Straßenverbindung verdient. So. Und so. Das finde ich jetzt okay so. Sei ich jetzt ein anderer Ort. Das ist immer noch Molnar. Das heißt jetzt Mormosk. Okay. Also das Spieler kennt anscheinend durch irgendwelche Einflussgebiete... dass man da keine Ahnung... Ich brauche doch ihre Fahrzeuge. Ich brauche erstmal... zwei Mähdrescher, drei Trecker... und... einen von diesen LKWs reichen hoffentlich. Und jetzt muss ich sagen... Ah, der hat die Felder schon angenommen. Oh. Ja, das sind schon seine Felder. Cool. Die arbeiten jetzt hier schon. Die werden eine Weile brauchen, aber... die tun ihren Job. So. Wie sieht es jetzt hier aus? Das Ding ist jetzt endlich fertig. Da ist natürlich noch nichts los. Darf einen nicht wundern. Du LKW... Bringst jetzt deine Ladung immer schön hier hin. Das hier kannst du sein lassen. Er soll nicht beladen, er soll entladen. So. Und zwar Kohleerz. Ich weiß gar nicht, warum es jetzt nicht tut. Oder tut er das jetzt? Hört er da jetzt hin? Nein, tut er nicht. Das hier ist Richtung Molner Kohlemine. Der soll... Warte mal, das ist die Verarbeitungsanlage. Soll er nicht mehr machen. Er soll hier hinfahren. Und da. Erstmal Kohle einladen. Und... Kohleerz ausladen. Do it please. Naja, würde bald machen. Ich glaube, der führt jetzt erstmal nochmal diesen letzten Auftrag hier zu Ende. Und hier arbeiten auch noch keine Leute. Denen kann ich auch noch sagen, dass sie hier noch arbeiten sollen. Moment. Hier arbeiten sollen. Genau, da kommen die nämlich noch hin. Und... Flussplattform... Nee, kann ich hier abbrechen. Soll noch hier arbeiten. So. Jetzt habe ich hier überall hoffentlich die Arbeitskräfte, die ich brauche. Und wir werden in der nächsten Folge sehen, ob das alles hier so funktioniert. Und damit auch meine Umbauten hier so funktionieren. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit, ne? Tschüss und Ade. Bärchen. Bis zum nächsten Mal.